Heute will ich über nichts urteilen, was geschieht. Lektion 243 Ich will heute ehrlich mit mir sein. Ich will nicht denken, dass ich bereits erkenne, was jenseits meines gegenwärtigen Fassungsvermögen bleiben muss. Ich will nicht denken, dass ich das Ganze aus Stückchen meiner Wahrnehmung verstehe, die alles sind, was ich erblücken kann. Heute begreife ich, dass es so ist. So werde ich von Urteilen entbunden, die ich nicht fällen kann. So befreie ich mich selbst und das, worauf ich schaue, um in Frieden zu sein, wie Gott uns schuf. Ich will nicht denken, dass ich das Ganze aus Stückchen meiner Wahrnehmung verstehe, die alles sind, was ich erblicken kann. Und diese kleinen Stückchen, die wir ständig betrachten und glauben, das ist die Welt und das ist die Wahrheit und jetzt habe ich etwas verstanden, wir wollen nicht mehr diese kleinen Stückchen, wir wollen uns nicht mehr damit begnügen, sondern heute über nichts urteilen. Denn jedes Mal, wenn ich über etwas urteile, mache ich dieses kleine Stückchen, also meine kleine Welt, immer wieder wahr. Dann weiß ich, dass du schuldig bist und ich nicht. Dann weiß ich, dass du einen Fehler gemacht hast und dann weiß ich, dass bei dir etwas schiefläuft und bei mir nicht. Ja gut, bei mir läuft auch ein bisschen was schief, aber nicht so viel wie bei dir natürlich, das ist klar. Denn die Welt wurde ja dazu gemacht, Schuldige zu finden. Unser Geist erschafft Erfahrungen, die nicht real sind. Sie sind Illusionen und werden zum Zweck des Vergnügens und der Freude erschaffen. Wir wollen unser persönliches Vergnügen und unsere Freude ständig zum Ausdruck bringen. Und das sind dann die kleinen Stückchen, nach denen wir Ausschau halten und die wir dann finden und das ist dann unsere Realität. Was also ist wahr? Was ist wahr? Die Welt, was ist die Welt? Sie ist ein Angriff auf Gott. Und sie soll uns Vergnügen bereiten. Das ist die Welt, die du siehst. Wenn du auf deine Gedanken bzw. auf deine Geistbewegungen achtest, der immer aktiv ist, mit der Erschaffung der Welt und mit der Erschaffung der Welt beschäftigt ist, wirst du erkennen, dass beides zutrifft. Erkenne das. Die Welt ist ein Angriff auf Gott und soll ein Ort sein, wo Gott nicht eintreten kann. Da er auf die Trennung fokussiert ist. Der Geist möchte bzw. das Ego möchte, dass ich als Körper real bin und dieses scheinbare individuelle Wesen ist von allem getrennt. Kannst du für dich herausfinden, dass das, was du immer wieder wahrmachen möchtest, durch dieses kleine Teilstückchen, das Vergnügen und Freude darstellen soll, dass da Gott nicht hineinkommen kann? Finde das für dich heraus. Denn solange du Gott nicht hereinlassen möchtest in deinen Geist, solange kann er nicht kommen, finde das für dich heraus. Denn wenn solange der Geist auf der Suche nach persönlichen Freuden, persönlichem Glück und Vergnügungen ist, dann definiert er, was Freude ist und verursacht doch ständig Schmerz, Schmerz und Leid. So sind wir verrückt unterwegs. Möchtest du das für dich erkennen, dass es sich in deinem Dasein nur darum dreht, Gott draußen zu halten? Die Welt wurde erschaffen, um keine Probleme lösen zu können, sondern ständig Probleme hervorzubringen, Schuld hervorzubringen, Leid und Schmerz. Das ist die Welt. Und natürlich weißt du, dass irgendetwas nicht stimmt. Dein Geist weiß, dein Geist, der den Ego-Gedanken-Glauben schenkt, er weiß, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber er weiß nicht, was es ist. Er projiziert Geschichten, um sich einen neuen Grund für seine Angst zu erklären, aber er kann die gesuchte Antwort nicht finden, weil er in die falsche Richtung schaut. Er glaubt, dass seine Angst nicht von seinen eigenen Projektionen kommt und daher können Lösungen für diese Projektionen der Angst nicht beendet werden. Bis wir nach innen schauen und erkennen, hey, all das, was ich hier mache, dient dazu, Gott draußen zu halten. Und Angst entsteht natürlich nur dadurch, weil du die Wahrheit nicht kennst. Und daher besteht die einzige Antwort auf Angst, darin, das Falsche aufzugeben und sich an die Wahrheit zu erinnern. Und wenn du ganz ehrlich bist und in deinen Geist schaust, wirst du feststellen, dass es sich nur um ich dreht. Ich. Immer nur ich. Ich will dieses Vergnügen. Ich möchte, dass es mir hier besser geht. Ich möchte, dass es meiner Familie besser geht. Ich möchte dieses und jenes erreichen. Und hat schon mal jemand von euch, der mir hier jetzt zuhört, dieses Ich gefunden? Keiner. Keiner findet dieses Ich. Und wir glauben dem Ich-Gedanken. Und das Denken glaubt, dass das Denken real ist. Und das Denken glaubt, dass das Denken ein reales Selbst ist. Dein Ich, dein Denken ist keine Realität. Und das Denken ist kein Selbst. Aus dem Denken zu leben, statt aus dem reinen Geist zu leben, ist die Ursache allen menschlichen Leidens. Das müssen wir auf dem Schirm haben. Das ist die einzige Ursache. Und es dreht sich, und ich wiederhole mich erneut, es dreht sich darum, die Liebe draußen zu halten. Ja, aber ich liebe doch meinen Mann. Ich liebe doch meine Kinder. Ich liebe doch... Nein, von dieser Liebe sprechen wir natürlich nicht. Wir sprechen von der Liebe, die alles durchdringt. Vor tausenden, zehntausenden Jahren erlebten die Menschen schon Leid, Kummer, Krieg, Angst, Wut, Gewalt, Betrug und Lügen. Vor zehntausenden von Jahren. Und jetzt, heute, gegenwärtig, erleben die Menschen Leid, Kummer, Wut, Gewalt, Betrug und Lügen sich an. Und was hat die Menschen dazu gebracht, immer wieder in derselben Krise zu verharren und ungelöste Probleme zu haben? Das Ego. Der Betrüger hat die Menschen im gleichen Gefängnis, im gleichen Pool innerer, ungelöster Probleme gefangen gehalten. Das ist so. Immer wieder. Und innere Probleme können natürlich nicht gelöst werden, indem man scheinbar nach außen schaut. Die Probleme können nur gelöst werden, indem man nach innen schaut und feststellt, das bin alles nur ich. Der das projiziert hat. Auf der Grundlage eines Gedankens. Der davon ausgeht, dass ich als Körper, als Name, als diese Persönlichkeit mit diesen Vorzügen und mit diesen Dingen, die er selbst an sich ablehnt, dass das existiert. Und es existiert nicht. Wie wäre es, wenn du heute ehrlich bist? Ganz ehrlich. Und dann wirst du automatisch nicht mehr über irgendetwas urteilen wollen, was geschieht. Schau nach draußen, was alles geschieht. Und du hast heute wieder tausende Gründe, um irgendetwas zu beurteilen und dann wieder weiter zu leiden, wie schon vor zehntausenden von Jahren. Tausende Gründe wirst du mir erzählen können, die für dich schlüssig sind. Aber es gibt nur einen Grund. Diese aufzugeben. Du willst glücklich sein. Denn unser Fassungsvermögen gegenüber der Wahrheit ist noch sehr gering. Aber wir glauben, irgendetwas zu wissen, weil wir uns auf kleine Stückchen konzentrieren, die wir aus der Einheit herausgebrochen haben und glauben, dieser Körper ist real. Den kann ich jetzt lieben. Mit dem kann ich jetzt glücklich sein. Wir wissen doch gar nichts. Wir wissen doch gar nichts. Was weißt du denn wirklich? Wie oft wurde hier das schon erwähnt? Wir wissen doch gar nichts. Wir wissen doch gar nichts. Wir verstehen nichts. Und wir wissen nichts. Und deshalb müssen wir uns an irgendjemanden wenden, der weiß. Und das bedarf der Einsicht, dass das, was geschieht, ich mir selbst antue und dass ich das nicht mehr will. Und dann werden wir demütig. Voller Demut möchte ich heute auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Ich möchte seine Inspiration annehmen und aufnehmen. Ich möchte auf meine Herzstimme hören und dadurch erkennen, was jetzt zu tun ist. Bist du bereit, zu erkennen, dass du mit dem, was du weißt, falsch liegst? Wie wir gestern schon gehört haben, es sind Wahrscheinlichkeitswellen, die uns immer wieder vormachen, dass diese Welt irgendeiner Realität entspricht. Wahrscheinlichkeitswellen, von denen wir glauben, dass wir hier verletzt oder geschädigt oder gemobbt oder Ähnliches ähnliche Dinge erfahren. Wahrscheinlichkeitswellen. So wie deine Wohnung, in der du jetzt vielleicht sitzt oder in deinem Auto, in dem du fährst. erschaffen aus deinem Geist. Geist und Materie ist nicht zu trennen. Das, was du als Materie anschaust, wurde aus dem Geist erschaffen und es ist nicht zu trennen. Wenn wir es zu trennen versuchen, machen wir uns selbst geistlos. Und das ist das Bestreben des Egos, dass wir uns als geistlos sehen, als materielle Geschöpfe. Human Mechanicus. Human Mechanicus begegnet einem anderen. Human Mechanicus und wollen zusammen glücklich sein. Hast du schon mal zwei Bohrmaschinen gesehen, die miteinander glücklich sind? Sich nicht. Sie bohren Löcher. Sie haben den ganzen Tag irgendetwas zu tun. Sie sind beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Sie sind am Abend fix und fertig, treffen sich und sagen, wow, heute habe ich wieder viele Löcher gebohrt. Und wie ging es dir? Ach, ich hatte wahnsinnig, ich hatte ein Problem mit einem Loch. Das hatte so viele Schwierigkeiten gemacht. Und dann habe ich noch eine elektrische Leitung durchgebohrt und noch eine Wasserleitung. Also heute war ein schwieriger Tag. Und dann sitzen die zwei Bohrmaschinen nebeneinander auf dem Sofa, schauen zusammen Fernseher, weil sie sich ablenken müssen von diesem anstrengenden Bohrmaschinentag. Und da kommen noch ein paar Gefühle dazu und ein paar Emotionen und da wird noch ein bisschen gestritten und bin ein bisschen geliebt und schon ist man glücklich miteinander. Oder unglücklich. Und irgendwann erkennt man, also mit der Bohrmaschine halte ich es nicht mehr länger aus. Und dann ziehen wir weiter zur nächsten Bohrmaschine und das praktizieren wir schon seit Zehntausenden von Jahren. Und es mag sich makaber anhören, wenn es so formuliert wird. Doch was sind denn zwei Bohrmaschinen? Es sind zwei getrennte Dinge. Und wir haben uns zu einem Ding gemacht. Zu einem Ding, das hier irgendwie funktionieren muss. In den Wahrscheinlichkeitswellen, in denen wir uns befinden. zusammengesetzt aus Atomen und Teilchen. Und wir glauben, diese Teilchen wären etwas Besonderes und wir wüssten, was diese Teilchen sind. Und dann erklären wir uns, wie schwierig dieser Tag war oder wie schön dieser Tag war. Und dann beschweren wir uns über das Wetter und schon haben wir wieder ein neues Thema und können wieder über irgendwelche oder wir schauen irgendeinen YouTube-Film an oder eine andere Sendung und finden schon wieder Probleme. Die Bohrmaschine urteilt ständig. Human Mechanicus urteilt ständig. Er ist eine funktionierende Maschine in einem sehr, sehr, sehr begrenzten Spektrum. Und wir sind in einem, solange wir uns als Menschen sehen, sind wir in einem sehr begrenzten Spektrum. Durch was funktioniert eigentlich die Bohrmaschine? Ich sehe schon, heute ist ein Bohrmaschinentag. Sie wird an den Strom angeschlossen. Ohne Strom funktioniert sie nicht. Aber sie glaubt aus sich heraus, aus sich heraus zu existieren und sie glaubt sogar, dass sie entscheiden kann, wann sie ein Loch bohrt. Ja, so geht's uns. Wodurch funktioniert die Bohrmaschine? Durch elektrischen Strom. Ich werde durch die Liebe Gottes erhalten. Das ist das, was wir erkennen wollen. In jeder Handlung werden wir durch die Liebe Gottes erhalten. Und, jetzt kommt noch hinzu, wir entscheiden uns nicht, wann wir irgendetwas, wir entscheiden uns nicht selbst, wann wir irgendetwas tun. Das wird alles vom Ego-Denk-System. Wir folgen einem noch nicht erkannten Plan eines Ego-Denk-Systems und drücken hier auf eine Emotion und begegnen diesem oder jenem Menschen. Und heute ist ein ganz wundervoller Tag, dies zu beenden. Heute werde ich Ihnen über nichts urteilen, was geschieht. Wir glauben, wir könnten über irgendetwas Gutem und Schlechtem urteilen. Gemäß unserer Bildung und sozialem Status glauben wir, dass zu wissen, was gut und was schlecht ist. Und unsere Erfahrungen bestätigen uns das. Und wir verlassen uns darauf, dass unsere Erfahrungen uns helfen, die Welt zu erklären. Um mehr, bessere Urteile fällen zu können oder unterscheiden zu können, wenn irgendetwas sehr, sehr schlecht ist. Und wir sind hier, um zu erkennen, dass wir gar nicht urteilen können. Du kannst gar nicht urteilen. In einer Illusion kannst du nicht urteilen. Was kann denn eine Bohrmaschine schon beurteilen? Wir würden der Bohrmaschine sagen, du, dich verkaufe ich jetzt wieder, du hast irgendwie eine Fehlschaltung in dir. Was kannst du in einer Illusion wirklich beurteilen? Sag's mir. In einer Illusion. Wenn du erkennst, dass du in Wahrheit gar nicht urteilen kannst, dann gibst du es leicht auf. Aber wenn du glaubst, du könntest in dieser Illusion noch sehr, sehr wichtige Urteile fällen, dann scheint das sehr, sehr wichtig zu sein und Gott hat keine Möglichkeit, der Geist Gottes hat keine Möglichkeit, deinen Geist vollständig zu erfüllen. Und das kleine Teilstück, die Welt, aus einem riesen Mosaik, die Welt, das kleine Teilstückchen herausgebrochen, die Welt ist dann wichtiger. Wahrscheinlichkeitswellen. Kannst du dort, wo du jetzt bist, egal wo, vielleicht sitzt du irgendwo auf einem Berg, hörst zu, vielleicht fährst du Auto oder du sitzt in deiner Wohnung. Bist du ganz sicher, dass die Welt außerhalb deiner Wahrnehmung wirklich existiert? Oder ist es nur eine Geschichte, die du erzählst? Das ist eine absolut interessante Frage, der du nachgehen könntest, wenn du willst. Hey, kann ich mir überhaupt sicher sein, dass die Welt außerhalb dessen, was ich mir jetzt bewusst bin, überhaupt existiert, kann sie wirklich existieren? Oder existiert sie nur, weil ich als Beobachter beziehungsweise als urteilender Beobachter darauf schaue? Und mein Fassungsvermögen nicht weiter reicht als das, was ich sehe? Ich finde die Vorstellung gerade sehr lustig, weil das hebt alles auf, was ich mir bisher ausgedacht habe. Du wurdest durch die Schöpfung hat dich erschaffen wie sich selbst. Und alle Kraft und alle Stärke ist in deinem Geist, scheinbare Welten hervorzubringen, die für dich real erscheinen. Und wie wäre es, wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, du sitzt irgendwo in deiner Wohnung, du schaust meinetwegen aus dem Fenster heraus und du erlaubst dir für zwei bis zehn Sekunden das Gefühl, dass in diesem Traum jetzt nur das existiert, was du wahrnimmst. alles andere existiert nicht. mir zaubert es ein Lächeln ins Gesicht, dir auch, ein großes Lächeln. Dass niemand mehr, das niemals mehr enden wird, denn ich komme mit einer Freude in Berührung, die nicht von dieser Welt ist. Jetzt muss ich nicht mehr nach persönlichen Freuden und Vergnügungen schauen, sondern ich finde es in meinem Geist, denn die Welt hat mir nichts zu bieten. Wenn sie doch nur in diesem Augenblick existiert, indem ich mein Bewusstsein darauf richte, der durch einen urteilenden Geist erschaffen wird, das nach persönlichen Vergnügungen schaut. Erlaube dir diese Vorstellung immer wieder und du wirst erwachen. Und wenn du jetzt die Freude, die damit einhergeht, wahrnehmen kannst, dann bist du schon erwacht und hast es noch nicht bemerkt. Gut, dass das darauf hingewiesen wird, findest du nicht auch? Vater, heute lasse ich die Schöpfung frei, sie selbst zu sein. Ich ehre alle ihre Teile, in denen ich eingeschlossen bin. Wir sind eins, weil jeder Teil deine Erinnerung enthält und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Heute leuchten wir. Heute leuchten wir aus dem reinen Geist der Liebe. Das ist das, was wir nach wie vor sind. Das Ich existiert nicht. Deine Gedanken existieren nicht. So wie deine Welt, die durch deine Gedanken hervorgerufen werden. Danke für dein Lauschen. Deine Gedanken. Meine Gedanken. Die Gedanken. Deine Lehre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020